Wo Ines ihr Strandkleid nie so günstig vermutet hätte, verrate ich euch gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in den Videoinfos oder der Beschreibung, verrate ich euch, wie Ines dieses Outfit bis zu 87% günstiger bekommen hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Nachdem Ines sich die Füße plattglauben hat in der Stadt und kein langes weißes Strandkleid für sie gefunden hatte, hat sie mich angeschrieben, ob ich ihr ein Outfit kreieren kann, was zu ihr passt und vor allem günstig ist. Und wie ihr seht, habe ich euch hier ein wunderschönes Strandkleid herausgesucht in einen wunderschönen Batik-Effekt, der hier eingearbeitet ist, der sich mega sehen lassen kann am Strand. Schaut einfach mal genauer hin, denn ihr seht, das Kleid ist schon mal sehr lang, nicht bodenlang. Dein bisschen Fuß am Strand rausblicken lassen ist immer wunderschön. Am Taienbereich wird das Kleid ein bisschen gebunden, dass ihr quasi selber bestimmen könnt, wie locker ihr es tragen könnt. Aber der Hinweis, nicht zu locker, weil ihr könnt damit noch eine wunderschöne Taie herauszaubern. Und obenrum seht ihr es ja wunderschön rückenfrei und vorne dieser schöne Rundhalsausschnitt lässt euch wirklich wunderschön am Strand mit diesem Kleid aussehen. Und wie ich auch Ines versprochen habe, günstig, wenn ihr es wissen wollt, was es kostet, klickt jetzt hier einfach drauf und schaut es euch genauer an. Ihr werdet verblüfft sein. Aber es soll ja ein Komplettoutfit sein für Ines, damit sie wirklich rund um sich wohl fühlt und nicht daran denkt, ob sie noch irgendwas vergessen hat. Somit zu diesem Kleid empfehle ich eine schicke Ledersandale vom Tom Taylor zum Beispiel. Was ihr da einfach drauf achten müsst, dass ein bisschen sich diese Sandale im Kleid widerspiegelt, in dem Fall mit diesem Weiß-Leder-Optik. Und ganz wichtig, man geht ja meistens noch an der Strand-Pormenade spazieren oder shoppen. Flach, am besten wirklich schön flach wählen, damit ihr ewig damit unterwegs sein könnt und euch nicht die Füße schon nach den ersten Metern Schmerzt, weil gerade durch den Sand und so ist nicht so einfach. Deswegen mit so einer Sandale seid ihr perfekt für den Strand gewappnet. Und um da jetzt noch eins draufzusetzen, komme ich gleich noch zum nächsten Accessoire und noch der Hinweis, auch die Sandale, obwohl Tom Taylor dahinter steht, war sehr günstig. Schaut es euch einfach jetzt mal hier genauer an und ihr werdet wirklich sagen, wow. Und jetzt zum nächsten Accessoire. Denn die Handtasche ist natürlich genauso wichtig, besser als eine Beuteltasche. Denn am Strand muss ja relativ viel mit und ihr solltet nichts vergessen, damit ihr nicht ständig zum Auto laufen müsst und noch nach Hause nochmal, sondern diese Handtasche ist zwar nicht mega groß, aber verspielt mit den Franzen, integriert sich quasi in das Kleid perfekt. Also ihr seid dann schön verspielt am Strand und es passt genügend rein, damit ihr wirklich sagen könnt, okay, es ist alles dabei. Ihr könnt euch jetzt mal endlich auf die faule Haut legen und auch die Sonne genießen. Und die Handtasche ist zwar nicht ganz so günstig, aber der Preis mit dieser Qualität kann sich sehen lassen. Schaut es euch einfach mal hier genauer an. Und ihr werdet die Tasche einfach liegen, weil es ist auch ein kleiner Erwander. Und jetzt kommen wir zu den E-Pünktchen. Denn der Schmuck darf auch nicht fehlen, aber der Tipp, nicht so viel auftragen am Strand, eher was Leichtes, was sich wiederum in euer Outfit integriert. Und somit habe ich hier ein Lederarmband von Bandora gefunden, was zur Handtasche, zur Sandale und zum Kleid wirklich das E-Pünktchen ist. Und das Ganze komplett abrundet. Und wenn ihr sowas zu Hause habt oder euch zulegt, habt ihr auch wiederum so einen Arounder, den ihr zu verschiedenen Outfits kreieren könnt. Ihr werdet sowas lieben. Schlicht, einfach, aber wunderschön. Wenn ihr es genauer sehen wollt, klickt jetzt einfach mal hier drauf. Auch diese kleinen Verschlussdetails, wirklich ein edles Armband, aber schlicht und einfach. Also schaut es euch genauer an, dann werdet ihr genauer verstehen, was ich meine. Und eins darf ich natürlich nicht vergessen. Ich habe euch versprochen, noch eine Wahrstellung zu sagen. Und das kommt jetzt. Denn wenn ihr, wie Ines, ein Outfit wie dieses hier genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann ganz einfach. Schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier auf YouTube und Co. einfach abonnieren. Und folgt mir auf die anderen Plattformen, denn da bekommt ihr dann natürlich noch die Sales und Deals von mir verraten, die ihr wirklich hier bis zu 87 Prozent bei sowas sparen könnt. Und das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Ist es ein Deal? Deals von 7 1 1 2 3 2 4 5 Vielen Dank.